Das Crowdfunding zur Restaurierung und Konservierung des wertvollen Subtabula-Bestandes der österreichischen Nationalbibliothek sichert Kulturerbe. Bei manchen Subtabula-Bänden sind Restaurierungsarbeiten der Buchseiten dringend notwendig. Dabei werden Risse in Seiten mit Weizenstärke-Kleister und Japanpapier verklebt und beschwert getrocknet. Die Fehlstellen werden mit Japanpapier ergänzt. Ihre Spende hilft, diese kostbaren Bücher zu restaurieren. Seite für Seite